Jagd in Spanien. Spanien verfügt über einige Jagdmöglichkeiten, die einzigartig in Europa sind. Wir besuchen einige der besten Jagdgebiete und jagen auf Rothirsch, Dammhirsch und den berühmten Gredos sowie Ronda-Steinbock. Die Flugfeldjagd ist hier ebenso phänomenal, insbesondere die schnellen, getriebenen Rothüner. Genießen Sie diesen spannenden Film über die Jagd in Spanien. Bis zum nächsten Mal. Ja, 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 ja.